So, heute geht es auf Genussbike Tour mit Frau Bergschön, sei es mit mir, von Sonnthofen nach Fischen und Rom ist eine Genuss-Tour, werdet ihr dann sehen. Check it out und kommt mit! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gabel, das sieht sehr, sehr gut aus. Wunder Picknick Rucksack, ich sag es euch, das ist meine Empfehlung. Was haben wir denn hier? Das ist unser toller Picknick Rucksack vom Café Ebert zum Fischen. Und was ist da drin? Bei der Brotzeit über vegetarische Addiktiven alles, Gemüse, Schenken, Käse, Puscus Salat, Kücher, Erbsleitchen, was ist Herzbewehrt. Und wo bekommen wir das Ganze? Im Café Ebert zum Fischen. Super gespannt. Freue mich drauf. Und, jetzt steigen wir den Tomaristo. Und, auf geht's! Perfekte Plätze gefunden. So, Hebert, du, der ist gerichtet? Fast! Ich mach's doch richtig nett für dich. Und, dann freue ich mich, wenn du gleich zu mir kommst. Fazit von einem, der wirklich gerne isst, 35 Euro für den Rucksack, ist es das wert? Jawohl, meines Erachtens ja. Tolle Qualität, super leckerer Käse, der Schinkenwaschpitzel, die Landjäger und die ganzen zubereiteten Sachen sowieso. Also, probiert's aus. Wenn's euch nicht gefällt, meldet euch persönlich bei mir. Mein Tipp wär's. Eine Sache fehlt noch, war auch im Rucksack. Genau, weil Bewegung ist das Beste immer zum Schluss, oder? Wirf die Nille! Abonnieren Was ist das Beste? Wirf die Nille! Untertitelung des ZDF, 2020